hallo meine liebe Willkommen zur neuen Folge von Fortnite und zwar heute mal wieder was ganz spezielles und zwar die unter Anführungszeichen Lucky Block Challenge und zwar sie hier wir haben eine riesige Arena gebaut mit zwei Stöcken und jeder von uns wird jetzt gleich zwei Kisten öffnen und nur das Loot das ihr aus den Kisten bekommt dürfen wir auch benutzen und ihr habt gesagt die erste Kiste wird in 3 2 1 geöffnet 3 2 1 öffnen ok 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 hat jeder seine erste Kiste geöffnet ok gut ist jeder bei seiner zweiten Kiste? Nein, ja warte fragt einfach wenn ihr bereit seid ja mir geht ok 3 oder? nein 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 ok 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 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 dann sagt okay wir gehen auf drei reine warte du bist noch gar nicht da hatte kommt auf tobi ich bin ich schon doch die ganzen wenn wir bist du gar nicht dass die ganz rauf von dem letzten stock davon hast du ganz ja kannst du soll ich auf main rauf gehen ja ganz oben der warum auf main ja weil da die ecke ist der wurde hingehen muss aber ich wäre darauf ich sehe dich gerade kommen einfach raus hast du wirst du wirst da reingegangen nie kommen kann kommt ganz oben so dass es gerecht ist und wir bauen uns dann alle rein und dann geht's los okay ich gehe noch auch ganz kurz in meine ecke okay jeder bau den zeit meine ja genau leute ich hätte 321 und war man einmal gestorben ist schon raus es gibt drei runden und ich bin richtig gespannt wie das jetzt laufen wird jünger wir haben so viel gebaut hier ups sorry hey leo mit einem fehler gemacht da kann man gar nicht rausgehen wie man gebaut haben egal passt schon mache es kaputt oder so ich bin gerade auch irgendwie irgendwo dran gelaufen wo man nicht mehr rauskommt wo seid ihr ich werde ich kühlen ich bin so dumm ich habe mein hiel nicht getrunken gehabt also der erste stone ich habe gerade gehört dass die runde geht an jerry leo wer das gedacht keiner von uns denke ich mal als ob ok leute machen wir jetzt mit neuen waffen oder ja jeder sucht sich nur zwei zwei kisten dann geht es wieder los richtig nice irgendwie und den loot den wir drinnen finden da werde ich bin zu mich ich will ich einfach mit auswischen stellen team oder so er macht es so geht schneller danke so holt euch alle zwei kisten und ich glaube ich habe eine zweite ich gehe zum baumhaus wird jetzt wirklich nur die sachen von den kisten müssen also falls ihr davor mit johann ist alles rauswerfen also ich bin bei meiner ersten kiste auch ich bin doch nicht mal raus leute lasst auf jeden fall schon mal für diese aktion auf ein leichter ich wundere ich dass sie die erste runde geholt hat aber bei mir geht es ok wenn da auch so ok meine erste habe ich habe ich habe schon meine erste geöffnet und die zweite ist schon jeder bei seiner zweiten warte 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 noch ganz klar ich gehe mal noch warte ich muss noch ganz kurz runter gehen zu einer zweiten und dann geht jeder wieder in seine ecke oder die die vom garten ja ok soll ich habe meine zweite schon geöffnet davor mich auch meine würde gerade geöffnet und ich habe ja moin ich dann damit machen ich habe auch was habt ihr für waffen muss man das sagen muss man nicht kann man in der autosnapper hat er oder was was hast was habt ihr so ich baue ja alles wieder zu jeder erzeugt an jerry die jetzt zudem zu der main ecke tobi geht so nein ich bin schon bei der mecke ja aber da hast du schon gestartet also du musst rüberkommen zu dieser ecke hier zu da wo ich war und ich gehe zur cherry seiner ecke und cherry geht zu nein bist du mein cherry wo bist du bei main ok warte geht es seid ihr alle bereit nein lol ich habe gerade gesehen hat ein schild okay drei ist nicht mal editieren halt ich muss da schnell lappen auf sich editieren nicht da das ist er ist nicht hat man darf sich editieren jerry aber ich also ich reinkomme da musst du abwarten und das gerecht der hand von ok 3 2 1 2 1 das nächste ist der nächste falls beginnt oh wer war das ok es geht weiter ich habe eigentlich richtig nur mit waffen zu wenn man so sagt ich habe gerade eine smg gehört wer hat der smg von euch nicht bist du dir das sicher es liegt alle ja egal die nächste runden wenn wir beginnen sagt man einfach bisschen was ich wechsle alles team auf team 1 ok wir sehen hier die sicht von der bist du willst hier sehen wir der bist du bist du bist hier und auf der anderen seite ok sie sind ziemlich nahe muss man schon sagen ach so ok ich wechsle wieder das team auf 2 mein team und ok wenn diese runde wieder an cherry lino geht dann ist es nicht so schlecht also falls noch die runde jetzt an bis tobi geht dann sein dann machen wir noch eine dritte runde komm schon wer wird gewinnen habt ihr schon nein aber ich habe echt pech gehabt bisher mit den kisten eigentlich nein wie viel hat er noch hat er noch 5 5 so ein bisschen ok ähm jerry lass du uns noch eine chance und wir sagen du hast eine runde gewonnen oder willst du den sieg für dich nehmen wir machen wir eine runde noch und der gewinne darf gegen dich antreten in ein 1 gegen 1 die ab da das ist meine wenn ich da bin gelootet habe ich auch ich gehe rüber zu ich gehe zu tankstellen fritzenpul okay dann gehe ich zu lang und und ähm der und cherry lino gestehen würdest du hin ich glaube es da auch schon gelootet okay ich habe alles gelootet egal was schon die kiste ist auch schon gelootet hier ist echt halt schon alles gelootet hatte ich hab schon eine kiste okay ich hab schon noch ganz kurz hier schon alles gelootet junge wer hat die ganzen küssen entlang geöffnet aber ich wüsste ich wüsste nicht wo ich noch hinschauen könnte und da könnte noch was aber ich glaube ich geht so zu ich glaube okay der gewinner von diesem spiel jetzt darf gegen jerry nur ein 1 gegen 1 antreten ich bin schon echt gespannt okay also leute ich bin dann gleich mal bereit ich bin auch bereit jrino bist du bereit hast deine kiste jrino ich hab noch keine kiste okay wo bist du gerade warte da unten habe ich gerade eine kiste in dem truck gesehen wo bist du ach so da unten okay da warst du nur dort und hat jeder warte warte hat jeder eine kiste hat jeder eine kiste ja okay 3 2 2 1 hier geht zu seiner zweiten kiste hat ich gesagt und sollen wir sagen welche waffen wir haben nicht egal kommt zweite chest jetzt okay warte noch so ich hoffe da ist das drin was ich hoffe habt ihr 3 habt ihr eure kisten 3 ok komm schon wenn ich hier hoch war da bin ich du musst unten in den keller gehen da ist nichts da muss kisten 2 da war eine kiste aber die schon jemanden da bin ich schon in den gebäude bin ich schon habe ich schon gesagt geht vielleicht rüber zu zu den zu baum oder ist das auch schon weil es habe ich vor dem ok 3 2 2 1 gleiche waffe und dann noch als zweiter links wieder zwei machen ja gut ok also ich habe meine waffen so ja hatte ich lass kurz jeder geht jetzt geht jetzt geht jetzt machen wir noch eine routine wisst ihr alle wo ich hingehen müsste denke ich mal die klobige baumhause ecke ich gehe zu zu dingsecke und wisst ihr schon sagen wir auf drei was wir haben oder nicht mir ist das egal sagen wir schon oder obwohl das haben wir nicht mal schon ich mache das kaputt hier okay also lot ready ready 3 2 1 go let's go oh lol nice okay okay komm schon also ich darf jetzt gegen cherry obwohl er noch nicht eigentlich ich muss erst noch in anderen tippen ich kann ja da während jetzt schon mal meine zweite nein wie viel ap hast du ich 20 20 kp nein das war ein hit gewesen aber ja leute jetzt geht uns eins gegen eins ja jetzt holt euch eine schnelle kiste ich mache einfach mit ich sorge für täuschen und gehe ich darf keinen von euch abschießen er wird den gleichen skin ja ja da hat ja auch die hermerke also ich habe ja auch ein halbricht geht jeder gewinne zu seiner herkünftigen ecke wenn ihr die kiste habt hat ich muss mich schnell legen wie kieler ich habe nur von topg ja okay ich zeige euch ganz kurz in diesem mehr ein bisschen also ich bin jetzt hier offiziell raus das ist nicht bis zu schade aber ja so ist das leben und hier ist alles beschädigt also das ist schon ziemlich cool gewesen finde ich das könnt ihr auf jeden fall auch mal nachmachen und hier liegen überlegen der und epische waffen ich freue mich alle die die sachen direkt die wir sowieso nicht mehr benutzen man ich finde keine drohen mehr ich habe perfekt habt ihr bei der warte warte wenn ihr beide eine habt dann geht jeder zu seiner herkünftigen ecke also tobi zu main ich zu der ich jetzt aufmacht hatte sie aufgemacht dann warte noch nicht es geht auch nicht los ich war das ja noch ganz kurz ab hier ok wo ist diese scheiß truhe wo bist du überhaupt gerade wie man das hier jeden kloppt da müsste noch einer sein ja da unten ist noch einer ich habe schon gestatt ok schnell öffnet beide habt ihr beide waffen das ok gut dann kommt man ja die das ist eine ecke und ich bin echt gespannt und meine waffe die sagen wir will eine kiste eine kiste nein keine nicht sagen welche waffe ok du musst da bleiben wurde warst nicht zu nennen nicht zu nennen die jahre gegenüber du musst drüber gehen zu deiner herkünftigen ecke auch nicht da weil da hinten ja hingehörst warum nicht auch ja also leute wenn ihr bereit seid 3 3 2 1 go diese map ist auf jeden fall richtig nah ist finde ich richtig gut geworden das video geht jetzt hier schon fast 20 minuten beziehungsweise 17 minuten das ist ziemlich eigentlich denke ich mal eine ziemlich gute zeit ok hier gibt es so manche stellen die sind echt irgendwie schwer zu überqueren jungen das ist so schön einfach die ablenken zu sagen warte mal wer ist das gerade ok ich schieße in leon am auffang und irritiert so viel jerry lino hat das spiel gewonnen als er wird das geklappt hat der lassen könnte das kein leichter dann hat sie sich erworben doch doch noch lassen ja leute das war es für dieses video ich hoffe hat euch gefallen wenn die anlassen leichter und die bitte schätzt die mühe die was wir da reingesteckt haben obwohl jerry nur gerade ja leute bis zum nächsten mal leute ich hoffe es hat euch gefallen wenn die anlassen ein leichter bis zum nächsten mal leute ciao ciao